So, meine Lieben, wir sind jetzt hier direkt am Anfang wieder. Wir haben jetzt diese Geschichte von wegen diesem Holoband. Und da ich nicht genau wusste, wo das jetzt genau zu machen ist, musste ich mich ein bisschen umgucken. Deswegen hier Holoband hochladen. Jetzt haben wir hier... Oh, Netzwerkscanner. Nein, Netzwerkscanner einhalten. Was ist das denn? Abgeschlossen. Komm, das Baden-Baden abspielen. Achso, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie... Ja, da kommt einfach nur internes Netzwerk entdeckt. Kommt sonst noch was Interessantes? Ja. Okay. Aha, ich kann jetzt vom Institut und zum Institut schnell reisen. Das ist natürlich sehr schön. Ähm... Okay, ich kannte Cinsia. Ich gebe jetzt... Ah, genau, ich gebe ihm jetzt erstmal das Holoband. Autobahn, was haben wir hier noch? Ne, ne, gebe ich jetzt erstmal dem Kollegen das Holoband. Und zwar hier oben. Oh Gott... Ehh... Bin ich auf dir gelandet oder was? Ich weiß nicht, ob ich das... Ach, 30 bin ich schon. Ah, okay. Danz hat das gehasst. So. Ich wollte eigentlich mit dir sprechen, aber... Gut. Ähm... Dann gucken wir uns jetzt mal... Ich glaube, wir gucken jetzt als nächstes mal um Spionagehand. Ja, kümmern wir uns jetzt mal um das Spionagehandwerk. Warte, wobei, ich gucke mal gerade, ob der jetzt schon was... Ich weiß ja nicht, wie schnell der im Knacken ist. Ich will nur ein bisschen handeln. Achso. Was ist los? Alles klar. Dann, ähm... Mache ich jetzt wirklich hier nur so ein ganz kurzes Video, weil das Wichtige ist eigentlich, dass wir das Holoband jetzt hochgeladen haben und internes Vergehen beendet haben. Diese Quest. Und den Rest für die nächste Mission mache ich im nächsten Video. Und den Rest für die nächsten Mal. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute aus dem Leben. Ja, wie viele Leute aus dem Leben. Ja, wie viele Leute aus dem Leben. Du bist.